Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zurück bei Borderlands 2 es wird richtig mega und mit dabei ist wieder Onkel Gamer Shkp ja Hallöchen meine liebe Freunde der Geil und der Sachsen-Möller Gaming ein freundliches Salud und der Gabax Jo Hallo Leute Geil Geil ja ich sehe auch geil aus und der Hardlock genau der Hammer der Hammerlock hier nach da nach hier nach da ne wir müssen noch eine Mission achso wollen wir eigentlich eine Mission auf einmal annehmen können wir das ne ich würde lieber sagen dass wir so ein selber haben weil das kommt irgendwann durch den anderen ne hier müssen wir nicht lang und dann kann man zwei auf einmal erledigen das war gerade Gabas Sprache wie er gerade gesprungen ist habt ihr das gehört ja und was ist da geht nö finde ich erotisch hm ja wir sind intim wir sind intim Gabax intim ne intim du bist doch mal irgendwo ganz weit von echt okay ja wir sind intim sag ich ja intim hä Müller wo läufst du hin der Müller ist da der immer abhaut ich kann überall rüber achso ok kannst du das Möller das will ich mal sehen kannst du nicht ja siehst du Götter in Wurzeln in der Nähe und er ist in der Nähe aber ich habe schon Albträume von der Stelle er es ist das dritte Mal dieses Boot aber genau dies ist ich brauche Leben du auch genau hier ich glaube auch Koma was das denn jetzt ist ein Speicherort tatsächlich sollten wir mal tun oder ja haben wir schon automatisch einfach vorlaufen ja ne guck mal kritisch ach jetzt haben die auch Schilde ernsthaft jo läuft auf das Fass schießen was mit Explosionspfeil jetzt hat sich irgendjemand von euch voll Pfosten hochgejagt röss wo bist du denn noch da ist ja kein Problem der Typ brennt jetzt ist er down wo ist noch einer hallo kannst du mir aufhören lass ihn aufstehen dann mach ich ihn mit one shot achso wenn ich schieße dann hört er auf schieße auf ist doch echt lächerlich schieße auf den Kopf ich habe Level 4 bist du Level 4? ne eigentlich nicht scheinbar nicht er ist da vorgelevelt warum auch immer zwei verrückte Ding 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 ja steht doch da ja was hat das auf oder wie kommt das dass wir unterschiedlich leveln wir töten das hat was mit dem Mill-Kiss zu tun ok ja ich habe Level also die die einen töten kriegen halt ein bisschen mehr und die anderen kriegen halt ein bisschen weniger richtig das Ding lass uns versuchen gleichzeitig zu machen ja system j q na wall ich würde sagen wir ruhnen uns aus und geben unsere Waffen ab wappl woah, woah fuck, fuck whooixò Alter ich wäre da fast runtergesprungen hallo hallo da Die ist ja geil, die Waffe. Next Level. Äh. Ist geil lustig gemacht. Das ist richtig schönes Feeling so. Von... Von sei? Äh, was? Oh, Video. Video. Boom. Ist klar. Ich übernehme den, ne, ich da oben. Ihr übernimmt den anderen, ne? Den kleinen. Ja, ich bin runtergefallen. Komm ich jetzt hier wieder hoch, irgendwie? Oh! Fuck, der schießt ja. Warte doch nicht. Der Kleiner, der läuft da irgendwo rum. Oh, lol. Onkel stirbt. Ich glaube, ich den Kleinen suche. Das Problem ist... Warte. 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 Eiii. Einmal nicht, da sind sie alle tot. Ähm. Kann mal jemand... Ach du Scheiße. Der wird's Granaten, gehen weg da. Komm mal bitte, ich bin hier um die Ecke. Ich bin hier um die Ecke. Ich kann nicht, weil ich bin selber fast tot. Ja, komm mal. Geh weg. Okay, danke. Kein Problem, Onkel, ich rette dich. Wo ist dieser Penner? Der ist hier. Kann man den überhaupt töten? Ja, einfach runterschießen. Fuck, ich hab keine Munition mehr. Mist. Boah, ich steh auf meine Waffe, ey. Die ist so episch. Ei. Ey, sie ist im G, die ist natürlich nur für den Nahkampf, ne? Hat einer die Taste G? Rück mal G. Werfe auf den die Granaten. Ja, tatsächlich. Lol. Wie sie einfach mal daneben fliegt. Ähm, ja. Oh Mann! Hinter euch ist dieses Vieh, ne? Warum schießt denn jeder auf den Großen, ey? Schieß doch mal auf den Kleinen. Es geht kein Barbecue-Bissens. Hab dich auch lieb. Aber jetzt, warte mal. Die ganze Zeit spreche ich mal ab. Wir übernehmen den Kleinen und sagst du nur noch den Scharfschützen, gerade den Großen. Ja, ich kümmere mich gerade um den Kleinen. Ich hab nur Money. Ich auch nicht. Pass auf, dass er dich nicht abschießt, ne? Vorsicht, Granate. Boah, meine Lebensenergie ist, äh, very spektabler. Wow. Ach, da ist ja noch einer, Vtev. Ah! Ich müsste mal aufgehoben werden. Was ist denn mit denen los, ey? Die sind ja mutiert zu Killer. Ganz schön schwer hier. Ah, das ist kein Problem. Ich hab ne Pistole, ich hab Munition, ich hab... Ich müsste mal aufgehoben werden. Warte, ich töte den eben. Ja, hallo, ich bin gleich tot. Ja. Doch. Noch nicht. Heute nicht. Zu spät. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin Satschenmüller erst mal sammelt, erst mal ist auf, lässt die Kameraden liegen. Sehr schön. Mich lässt er einfach mal töten hier. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn? Nicht aufsammeln, ihn retten. Aber ich hab das ja auch gemacht, von daher. Boah, schau mal, ich bin gar nicht so weit entfernt von euch. Boah, geht es mir um den Sack? Fuck, ich hab keine Runde mehr. Mir wurde Geld abgezogen. Boah, der wirft, der wirft, der wirft irgendwas stinkendes. Komm ich da jetzt eigentlich noch rein? Nur muss ich jetzt zugucken. Ich bin tot. Hilfe. Ah ja, ich komm tatsächlich rein. Ich bin tot. Ich bin tot. Hilfe. Ich bin tot. Hilfe. Hilfe. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Liegt doch bestimmt hier rum. Hier sind alle leer. Ah, jetzt hab ich was. Bittesch. Achtung, hinter die Onkel. Dreckiges Stück Elend hinter dir. Ich haute mit der Pistole eine Gegende Latze. So nicht. Wir können gute Freunde werden. Aber so nicht. Nicht auf die kleinen Typen aufs Bogen müsst ihr. Ja, aber der kommt ja. Die kleinen Typen können ja trotzdem gehen. Das kommen die alle fünf Minuten wieder. ist der kleine Tod. Oh Mann. Oh, ich bin gestorben. Aber ich hab drei Granaten abgezappelt. Komm, 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 komm. Schliess, 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 schliess. Könnt ihr mich immer wieder austreiben? Auch nicht. Ne, ich kann es leider nicht wieder erleben, weil. Ja. Sei einmal ein Mann. in k k sauber dank der granate kommt die granate zerfetzt nein hab ihn hab ihn hab ihn hab ihn ich hab den einen verpasst aber alles einsammeln so da ist noch jemand Alter, wieso sammeltest du keinem? Hat er keine Munition fallen lassen? Lässt einfach seine Waffe fallen. Ah, ich brauche Munition. Ähm, ist da noch jemand? Ja. Ja, da ist noch so ein stinkender Opa. Hä? Wer hat... Wer hat... Hä? Oh, ich habe einen Skillpunkt, Freunde. Ich habe einen Skillpunkt. Ich auch. Einmal skillen, bitte. Äh, einfach das obere einmal drücken, oder wie? Hallo? Ich glaube, du musst die Skillpunkte erst mal freischalten. Ja, du musst sie erst mal mit. Ja, das ist das obere Skill. Ah, okay. Ich kann gar nichts machen. Ah, jetzt habe ich den falschen Skillpunkt genommen, ne? Nein, du kannst nicht oben halten. Nee, der ist für alle. Ja, der labert zu viel. Was ist das hier? Nein, Schild. Okay. Ja, dann schieß mal. warte 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 ich häng fest am besten während er da steht ne 3 2 1 oh kanone kaputt ah jetzt jetzt kommen wir da durch oder was ja da kommen wir aber vor leute ein das nervig und 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 Nein, das schmeißt eine Granate auf mich. Boah, ich brauche mehr Munition. Ja, also das Nachladen dauert auch, ey. Fuck, ich bin gleich down. Äh, du kannst doch mit der dicken Granone rauszimmern, glaube ich. Ja. Voll weggefetzt, ey. Boah, meine Lebensenergie ist ja very computable. Gut, dann kann ich auch so n dicken Ding machen. Gehen wir jetzt hier weiter, oder was? Geht das hier weiter? Ja. Oh, cool. Guck mal, ein Schiff. Äh. Okay. Hat einer noch Heilung gesehen von euch? Nein. Anscheinend geht's dann hier nicht hoch. Ich hab ein Leben noch. Schiff. Sie haben versucht von Hauptphrologer auf K Agent Flinschiff, eine Meuterrei anzuzetteln. Meuterrei. Also, es erklärt, warum seine Männer mich in Moment verprühen! Schiff's, Leute. Schnauze! 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 Doch da da hinten sind welche? Und ja. Ja. Da 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 da. Auf das Fass schießen, Leute? Ja, genau. So mag ich das. Ihr seid gut. Vorsicht, Flatterviecher. Okay. Aber Munition ist wirklich knapp, ne? Okay. Hm. Meine Fresse. Das brauch ich. Danke. Bitte. Ich hatte nur ein Leben. Ich brauchte das dringender. Guck dir mal, der Fisch ist cool. Guck dir mal den Fisch an. Guck dir mal den Fisch an. Geil, mit seinen X-Augen. Trivano, holt ihr mal Leben, bitte? Guck dir mal den Fisch an. Wie geil. Guck dir mal den Fisch an. Trivano, holt ihr das Leben da? Und der Gabak hat sich geholt. Was haben wir hier? Hier ist noch Leben. Guck dir mal den Fisch an. Der Trap hat also einen neuen Freund. Ich muss sagen, der kleine Schrotter auf dem Seed wird. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Hier kommen die Tränen. Okay. Da hinten ist die Räume passen, da müsst ihr drauf aufpassen. Oh, stopp. Shotgun-Zwerg. Psycho haben wir da. Gut. Ei, der macht ja... Kann natürlich von hier nicht viel machen, ne? Ich bin voll auf Nahkampf hier. Ach, mir geht das übelst aus dem Sack, dass ich keine Munition habe. Ja. Ähm, Leute, ich weiß ja nicht, ob ihr das nicht wisst oder so, aber die Munition müsst ihr mit E aufsammeln, ne? Nicht überlaufen. Ach. Ja, ich sag's. Was bringt dir das, wenn keine Munition irgendwo zu finden ist? Okay. Das ist ja das Hauptproblem, ja. Ich hab schon wieder keine Muni mehr. Und nur noch ein Leben. Klasse. Also das Spiel ist schon, äh, ein bisschen schwieriger. Ja, da muss man noch ein bisschen drauf achten. Vor allem treff ich die Typen auch nicht so gut. Also viel Munition geht einfach so flöten, weil man sie nicht trifft. Oh, der geht mir auf den Sack. Ich will ihn jetzt fragen. Weil die vor allem übelst am rumhüpfen sind, wie die Affen. Alter, der hat mich gekillt. Ich hab keine Chance im Nahkampf. Wahnsinn. Ja, im Moment. Hilfe. Onkel, rette mich. Ja, was ist hier? Alter, du den ich einfach ab. Ich hab keine Munition. Ach so. Der war gut, ja. Ich spür kein Messer in meinem Wort. Sag danke. Na klar, sag ich danke. Vielen Dank. Und wie macht man Nahkampf nochmal? Oh, schon wieder tot. Es ist lustig, wie die alle dastehen und machen nichts. Da hat schon Männer, hinter dem steht der Feind. Och, ne. Ich hab keine Munition mehr, ne. Für gar nichts. Äh, wie konnte man nochmal Nahkampf machen? Mit V. Mit V. Wie wär's, wenn einer mich heilt? Ich bin jetzt fast tot. Drei Sekunden ab, bitte. Das Problem ist, ihr habt keine Muni mehr. Ihr habt keine Muni mehr. Hey, danke. Hä? Ich vermisse meine Munition, sagt sie. Ja, genau. Ich war zu spät, aber naja, egal. Ähm, ja. Kann man mich heilen? Bin doch dabei. Nee, nicht bei mir. Ach doch, jetzt, okay. Ah, ja, brennt wie ein Stück elendem Fleisch. Vielleicht sollten wir doch jeder erstmal alle Waffen nehmen, weil wir ja auch von verschiedenen Waffen Munition aufheben, ne. Vor so einem vielleicht, vor so einem Waffenautomat vielleicht nochmal, äh, aufteilen, die Waffen. Ja. Nee, die Waffen aufteilen. Mit Munition kaufen. Ja, und halt auch das mit dem, äh, der Munition, also wer diese und diese Munition nimmt. Was haben wir da? Ja, ich brauche nicht unbedingt Sniper-Munitionen. Ja, die sammeln dich ja nicht ein, wenn ich sie nicht brauche, oder? Wo sind denn die ganzen Kugeln hin? Ich sammle die eigentlich immer nur für seine Waffen ein. Alter, wie die Waffen, wie fühlt sich das Gabax meint, Alter? Ja, ne? Waffe, die verzarrt, na, reicht's. Ja, die S-S-S-S-S-S-S-S-M-G, ne? Oh, jedes Mal, wenn ich versuche, dich zu heilen, werde ich weggesprengt. Ich glaub, da denken die sich auch, äh, jedes Mal, wenn die versuchen zu töten, werde ich weggesprengt. Boah, das gibt's doch gar nicht. Ja, da ist wieder so ein, da ist wieder so ein Granaten-Facker, äh, Typ dabei. Ich hab keine Bulli mehr! Leute, Hilfe! Ich hab keine Bulli mehr. Hervano, kommst du mal zurück? Ja, gleich, Töte, na, genau. Oh, Gott, 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 Gott. Ich mach zu Hervano vor. Ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe. Alter, der zielt aber, wenn der so bewusstlos ist, ganz schlecht. Mit seinem Mini-Revolver. Komm, jetzt kräft doch mal. Danke. So, wie mach ich denn das jetzt mit der Munition, die ich nicht habe? Ich bin tot. Ich bin tot. Oh. Ja. Oh, ich werde her-teleportiert. Oh, leck mich doch am Arsch. Satch Miller ist der da jetzt, wie ich immer wieder wiederbeleben muss. Oh, ich glaub, erstmal bin ich jetzt auch. Ähm, ja, wie soll ich die denn töten ohne Muni? Könnt ihr mir das mal verraten? Ich schieße auch schon drauf. Ich glaub, ich hab richtig viel Munition. Ich bin tot. Au. Komm, 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 komm. Boah, Satz, du hättest den Stress. Ja, komm her. Komm her. Da sind ganz viele Gegner. Wie soll ich dich heilen? Komm. Ja, 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 ich mach schon. Ich mach schon. Bleib, so, bleib genauso. Komm. Ich hab keine Muni. Ich hab keine Muni. Scheiße, jetzt kommt auch noch einer von hinten. Ah, nee, das Kollege. Das Rehwarnung. Äh, mag sein. Oh, das sieht ja gar nicht so aus. Da. Hä, wo schmeißt der die denn hin? Ich dachte, man steht auf, wenn man einen tötet. Ah, danke schön. Ich bin das nicht gewohnt, was ich da gerade empfinde. Wenn du kämpfst, dann hör auf. Ich kann nicht schießen. Ich hab keine Munition für nix. Mein Gott, mach doch mal. Oh. Warte, ich komm hier hinter. Oder, pass auf, ich hab noch Munition für Schrotflinte, Sniper und für, keine Ahnung, was das andere ist. Könnt ihr mir nicht einfach die Waffen, könnt ihr mir nicht einfach die Waffen droppen dafür? Dann kann ich schießen. Übelster Krieg hier und ja, es steht vor so einer Kiste. Hier ist jetzt da die Sniper-Munition. Alter, nimm einfach. Was für eine Kiste, wow, was. So geil. Wie soll ich denn schießen? Ich hab keine Waffe dafür. Du hast doch im Inventar noch Waffen. Hab ich das? Du hast doch, Gabax, ganz viel Schnee liegt vor deinen Füßen. Werf doch mit dem Schneeball. Genau. Scheiße, wie kommen wir jetzt zu? Oh, dreckiger Pisser, ey. So, ich hab jetzt eine Pistole, so. Ich muss mit Pistole schießen hier. Gabax, wie kommst du dir? Beleb mich, Gabax. Oh, das gibt's doch gar nicht. Hinter uns ist ein Feind, so. Ja, komm her, komm her. Ja, ich komm. Renn mich weg, ich will dich töten, ich will dich töten, ich will dich töten. Renn mich weg. Danke. Boah, wir brauchen dringend Munition, sonst werde ich zum Klabusterbärchen. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Alter, spawnen die immer wieder nach, oder was ist hier los? Ja, da ist ein Häuptling, den müssen wir töten. Echt? Ähm, ja. Das haben wir denn für einen Schwierigkeitsgrad, leider. Ich glaub, so wie Sgt. Müller meinte, ähm, Müller. Je mehr, desto schlimmer. Alter. Das macht Spaß, nur wenn's zu schwer ist. Ähm, ich müsste mal wiederbelebt werden. Ähm, Rivano? Ja, ja. Ja, ich bin jetzt tot, ne? Warte, ich bin da. Zu spät, ich bin tot. Gerade um die Ecke gekommen. Ja, 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 ja. Du bist schon einmal an mir vorbeigelaufen, Kollege. Ja, ich hab Munition geholt. Ja, ja. Die Munition ist dir also wichtiger als ich, merk ich mir, ja. Nein, ich wollte das. Ja, 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 ja. Ich hab nix, ich kann auch mit... Gleich werf ich mit der Pistole, wenn der Pistole kommt. Ja, das dachte ich mir auch die ganze Zeit. Ah, jetzt häng ich hier fest, geh weg! Ja, ist doch nicht schlimm, ist doch schön, dass wir im ersten Jahr hier hängen bleiben. Nein, nein, ich hab mich kurz, ey, ich kann schon bin ich mir noch vorbelebt. Ja, ich bin sofort, wenn wir nur gewassen haben hier. Also, es kostet Geld, das Sterben, ne? Jo. Aber dafür kriegst du auch Munition. Nur ne F***, Granate können ich mir wünschen. Alter, wie viel Schaden die machen! Das ist abmaßlich. Das Schöne ist, wir haben ein paar zu ändern, aber wir müssen das jetzt noch durchziehen. Ja. Äh, shit. Oder wir wollen das hier stehen, ne, wollen wir nicht. Müssen wir diesen Typen hier, Badass Marauder? Wir stehen jetzt alle weit entfernt, da könnten wir doch eigentlich... Ne, ich nicht. Ich steh nicht weit entfernt. Das ist so klein. Drück lang E. Rivano, hallo! Ja. Jetzt rennt der wieder rein. Oh. Wen müssen wir denn da töten von den Viechern? Ja, der... Genau, tu mal lang E drücken, dann kommst du bei uns raus, dann tun wir mal hier den Part beenden. Jo, ich bin schon tot. Hier muss Gabax irgendwo rauskommen, genau hier. Hm. Artefakt hab ich. Ein Arte... Artefakt. Du bist Gabax? Ja. Ich spawne gerade noch. Ich werde transformiert. Ich seh dich gerade. Ich seh dich gerade. Jetzt. Yay! Sarge? Wieder Geld. So, jetzt machen wir erstmal hier den Part zu Ende. Ich war dran, oder? Ja. Ui! Ja, also, ja, liebe Leute, das war's schon wieder. Ein richtig spannender Part hier und es geht auf jeden Fall beim nächsten Part mit Action weiter. War richtig geil. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal bitte einen Daumen da bei Gabax auf dem Kanal. Nö. Bei Gamer. Und bei Sarge & Möller Gaming. Und bei mir, Rivano. Wäre richtig cool. Und ja, dann würde ich sagen, Abo. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.